Die ganze Fahrzeuge von Menschen, wir haben nur noch ein Geheimdiener, weil von hier ist die meine ganze Bestellung. Wir haben drei oder so andere Fahrzeuge in der Vermietung, müssen die kommen. Wir können keine mehr verkaufen. Aber die gibt es gerade auch schon im Oktober. Ja, vorher verkaufen wir. Nein, ein bisschen neue Fahrzeuge. Die habe ich in den 260 und die habe ich vom letzten Jahr verkauft. Aber da haben wir noch ein paar neue. Die sind wieder neu. Die sind wieder neu. Aber wenn der Preis bleibt, dann wäre es noch nicht so ein Strom. Das R президio hat man noch nicht so. Aber wenn der landschaften kommt, den Marktwerfer und die Normaldeutsch sind, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020